Oiii Meine Güte Schlüssel hätte ich gerne Das war als verkehrtes Geld Das Chirurgen-Ammonett Mit der Leute kann er sich sonst mal hinstecken Kriege ich auch Vielleicht nehme ich auch noch mit Erstmal kurz so machen Äh So wir hatten jetzt bekommen Äh Jetzt habe ich noch einen Rucksack mit dabei Geil Geil Sack Vager Was sind hier überall drin für Müll? selbstverbringung nein schatten und liposum ring eines magischen pares der den träger erlaubt den zauber war noch nicht fertig ich hatte auch mal das amulett genau neben der kritische treffer einmal pro lange rast kann der träger wenn er einen kritischen treffer gegen einem mann wie das ziel landet das ziel zwei züge lang lähmen was ist mit dem geschenk was ist das zählen wir wählen es bereit zum spielen ja das gibt es nachher noch starkes lebendes hier oben gelandet ist dass man nicht auch da an der Seite runtergehen kann. Wir müssen ja hier irgendwie... Oben war irgendwas. Nightwind Neurologie. Nein, nein. Lass das doch. Diese russfleckige Schriftrolle enthält eine Totenliste Schlachtopfer, um genau zu sein. Sie sind mit 976 gedatiert und ein halbes Jahrhundert alt und ist von einem Malus Thorn bezeichnet. Ist die CHZ3, und man kann den Geogel-Schnitt... Es folgen noch hunderte Einträge durch den Naden-Joyen-Anna... Ich suche jetzt irgendwas... ...hier, was mir hilft. Steine draußen. Die Schrift von Catholic Sounds redet an seine Truppen vor seinem Sieg über die Droiden und Haffner. Nehmt das ihr, dann nehmt mir das ab. Das ist Gold, Freunde. Ich suche jetzt ja immer noch irgendwas... Jetzt können wir mal wieder die Laterne rausnehmen. Der Schattenflug kann uns zwar nix anhaben, aber wir müssen uns nicht mehr ausfordern. Krascher, da ist auch noch Bücher-Dräger. Lass mich... Hallo, steht mir doch bitte nicht im Weg, Leute. Äh, das Gewebe zu verstehen. Ein Jammer, dass nur wer wirklich mit dem Gewebe in Einklang steht, kann sich rechtmäßig Zauberwecker nennen. Da-da-da-da-da, okay. Interesting, nothing interesting. Weniger kennen Sha als Göttin der Schöpfung oder Seluna als Göttin der Zerstörung an. Doch beides stimmt. Das ist leer. So, Steinhautschriftrolle. Windheit. Dann sind wir schon wieder der Zerstörung an. Seine Leiter. Ich will nur noch keine Silkspappe. Die Trennen-Dräger aus der Stärkätze. Was willst du denn jetzt hin? Also, manchmal denke ich mir auch so komisch, dass so Sachen öffnen, meine Liebe Alter, ist mir egal Gerne mal X, okay Hm Ich habe es geahnt, ich darf die Laute nicht liegen lassen Okay Hier oben ist noch schwarz Oh, da ist ein Schlüssel Vergiftmischerhandschuhe 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 Sonst wird sie vergiftet Ich nehme es mal mit, aber Verdammt Zu viele Bücher Okay Okay, jetzt haben wir den Seiteneingang frei Den anderen auch noch Gut Das heißt, wir können dann erstmal zurück Wir haben hier den Reisepunkt Das heißt, wir können erstmal kurz zurück Das heißt, wir können hier im Gasthaus Den jungen Mann da wiederbeleben Any surprises Yes, Mom Maybe we should Please If you have any idea How to get through to him Daniel Daniel He's still trapped there He needs help My loot My loot You got it back How? Äh, ich hab mal eine Thorne getötet Äh, einen bösen Brauer Und, äh, dann eine Leiche abgenommen Und, äh, dann eine Leiche abgenommen Loss Loss He told me about someone he knew Someone called Hausen A druid Daniel Daniel spoke of little else Do you know him? In the pool Of the darkness The twisted creatures It manifests You've seen it Right? Felt it? We can end it Find Daniel Halson Halson knows how Please Hurry Daniel Daniel Is more than just a boy He's the spirit of the land And he's all alone Without him The curse won't lift He said Halson could help Find Halson Please Weckdienst Gay Listen So Geschlossen Weckeart Cooler Was? Ja, jetzt erstmal eine lange Rast machen Damit wir wieder aufgefüllt sind Warum bin ich jetzt hier außen? Egal Äh Halson Wo bist du? Was? Bist du irgendwo da hinten? Ja Der ganze am Ende Mal kurz mit dir reden Ähm Letztendlich erholt sich eine flammende Faust Der Mann scheint dem Fluch an Trond zu sein Und er hat einen Jungen namens Thaniel erwähnt Okay, er ist direkt Dann einmal losgelaufen Sehr gut So Warte, auswählen Undead I am neither dead nor undead neither alive nor unliving. I don't get it. Thou wilt. Hey, you! I made it! Easy peasy! You find Mum and Pops? No! No, no, no! I don't believe you! It isn't true! It isn't! Get away from me! Go! Hm. Naja, ändert nichts an der Tatsache, aber ist okay. Äh, verlassen. So. Tragedy. Less than that. A crime. You're Halsin. Thaniel said to find you. You must help him. Please. I will. But I need to know where Thaniel is. If I venture into the Shadowfell blind, I will never find him. I'm not sure I can... put it into words. The landscape there shifts and changes. Lavender. Whenever I saw Thaniel, I always smelled lavender. I can work with that. Rest now. Meet me by the lakeshore. I have what we need to proceed, but I'll need your help. Be ready. This may prove... perilous. Not on his own. Not on his own. See if there's anything you need. We don't know when the next blow might run. Was verkaufen, ja. Äh, weg. So, waren weg. Weg. Was, weg, weg. Hm. So, Ring, äh. Das kann weg. Der Knüppel kann weg. Braucht den ganzen Kram jetzt nicht mehr. So. Was ist noch hier, Staff? Nö, na? Hm, mittlere Rüstung. So, kostet 1600. Echte Rüstung, du hast Klasse 10. Klasse 10. Mittlere Rüstung 12. Hm, 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 hm. Oh, hey. Take care, Mel. So. Wir sollen da oben her sein, tue. Okay. Speichern. So. Ist aber nicht so gut bewacht, wa? Ich will zuerst wissen, was ich erwarten soll. Daniel ist in der Shadowfell. Aber dank zu deinen Efforten, weiß ich, wo zu schauen. Jetzt muss ich da, alleine gehen. Nein. Diese Möglichkeit hat 100 Jahre in der Entwicklung. Das muss ich sein. Und nur ich. Aber ich habe dich nicht hier, um zu sehen, einen alten Druid zu sehen. Du hast eine Rolle zu spielen, und ich glaube, dass du es gut spielen kannst. Mit der Oak-Fahrer, kann ich die Shadowfell infiltrate, aber zu tun, wird das meine Kraft verletzt. Ich brauche deine Hilfe, wenn ich zurückkehreste. Ich brauche dich hier zu bleiben. Keep die Portal open, bis ich zurückkehreste. und schütze sie auf alle Kosten. Mhm. Gut. Jetzt ist es wichtig, dass nur ich durch das Portal durch die Portal, wenn es öffnet. Die Magie ist fragiles. Any Fehler, und unsere einzige Chance, wird es immer wieder verloren. Es dauert mir Jahre zu studieren. Für die Oak-Fahrer zu suchen. Für die Oak-Fahrer zu finden. Für die Oak-Fahrer zu lösen. Ich wünsche, dass das funktioniert. Für die Oak-Fahrer zu finden. Für die Oak-Fahrer zu helfen. Für die Oak-Fahrer zu helfen. Für die Oak-Fahrer zu machen. Für die Licht aus dem Weg. Es ist bereit. Ich werde mit Thaniel zurück mit dem Weg, wenn es möglich ist. Bleib unter den Portal. Angelebt ihr mir das Zeit, was ihr kann. 24 leben haben die ich will hier vorne eigentlich nicht weg deswegen machen wir ich weiß, was wir sagen, was wir sagen? das wird ja noch lustig werden natürlich schlägt der fehl ach da kommen auch noch menschen natürlich und ihr das tor geschossen ja das tor geschossen die psnäcken was soll das sind okay hand das mag sehr gut angekillt die andere wo ist denn der da aber das vergessen doch Oggos. Oder ganz hinten kommen. Da hinten ist auch noch ein Mensch. Nochmal drei Menschen. Ach du Scheiße. Aber das sind Meleys. Okay. Wer von denen war denn schon... Sie darf nicht körperlos sein. Ah. Interessant. Dann springen da kann ich hin. Wo ist der? Ach so, ich sehe den nicht mehr. Ach du Kacke. Was ist hier denn jetzt gerade los? Feuer angriffen. Ach du Scheiße. Oh. Oh. Heiliger Bockmist. Äh. Ja. Die schießt aus. Oh. Okay, die ist gone. Die Robo hat auch noch was erwischt. Die Raben haben 0,1 Schaden. Okay, also noch ein Trefferpunkt. Das ist okay, wir haben das. Okay. Wirklichst viele Gegner weg. So, oder? So. Die Spurten noch mal eine Runde. Die stehen jetzt alle vorm Tor. Das ist richtig kack jetzt. Die Menschen sind halt eher das Problem. Diese Tentakel, die bewegen sich nicht. Die Krähen haben nur ein Leben. Die Menschen hier oben sind eher so ein bisschen das Problem. Und die, die da ganz hinten jetzt angelatet kommen. Tocke. Okay. Na, dann haben wir mal das oder das hinbekommen hier. Gar nicht gut. Gut. Okay, wir kommen. Ein, zwei töten. Sehr gut. Wie seit dem Tage greift die Flaming Ball an. Die geht nach vorne. Nicht zuhören. Noch mehr Gegner. Na klar. Oh. Oh, fucking demisch. No, final. Oh, wow. Ja. Hm. Kann ich get down. So, woher war mir gegangen. Ähm. Ach, die haben alle nur ein Leben. Warte mal. Hab ich denn irgendwas? Ja, warte mal. Mir fällt was ein. Ah, ich hab keinen Zauber. Da wird viel mehr. Ein Bonus-Dings. Und drei ja hier auf Kardak. Damit die wieder da ist. So, jetzt sind wir dran. Wir haben alle mehr Leben. Nicht nur eins. So, damit haben wir jetzt ein bisschen was weg. Okay. Das darf ich jetzt aber auch nichts weiter machen. Kann ich nicht mehr. Dann können wir noch mal eine singende Sphäre. Die werden einfach random nehmen wir hier vorne nicht. Ähm. Wegen haben wir jetzt ein paar Teile noch. Oh, das kriegt ordentlich Schaden. Hm. Ich könnte mit... Das kann ich mit Kardak gleich machen. Dafür müssen wir aber jetzt kommen. Wie wir überhaupt nicht alle sind hier. Ich würde mich alle aufs Portal gehen. Das Portal schon mit relativ wenig Leben hat. Kann ich das Portal theoretischieren? Warte, wie viele Gegner das sind. Boah. Oh, es wird mir gleich ein Spaß, die alle zurückzuwerfen mit Gale. Ah, da hinten ist auch noch mal nach. Alter, das ist doch wohl ein Witz. Was? Und das werden ja wahrscheinlich gleich noch mehr. Jetzt könnte Schmerzer fern. Wo ist das? Da. Ich denke, ich würde gerne das Ding explodieren lassen, um ja nicht zu sein. Ach, das war ja Schaden. Okay. Ich kann mich jetzt hier nicht wegbewegen, weil das hier leider da vor mir steht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Kann, glaube ich, nicht benommen werden, oder? Aha. Der Hund hat hier noch relativ viel. Kann ich denn irgendwie... Ich kann mich hier nicht wegbewegen, ohne den Gegengang zu provozieren. Das viele hat noch eins. Das war sick. Ich glaube, wo ist noch hier? Ich würde gerne erstmal entweder Gale oder noch drei leden. Ich kann mich hier nicht wegbegeben. Okay. Da sind hier jetzt einige draufgegangen. Einige leider noch nicht. Vor dem Tor steht nur noch der Hund, ne? Ja. Der Tor hat noch... ...mäßig. Da sind noch einige weg. Schauen wir mal an. Und greift leider das Tor an. Die dahinten greifen leider auch das Tor an. Kann ich nichts gegen machen. Ja, die laufen alle hier hoch, was an sich okayisch ist, denn ich kann wieder Untote vertreiben drücken. Da oben greift den an. Okay, ähm... Die Range da da unten gehen mir halt ein bisschen auf den Keks, um ehrlich zu sein. Er spottet auch. Ich hab dann aber definitiv auf den Anstreifen und kriege ein Counter-Hits. Die spottet auch alle hoch. Okay. Darf ich da hochgehen? Ohne dass ich einen Gelegenheitsangriff provoziere? Genia. Wo ziehe ich Gelegenheitsangriff, weil der wahrscheinlich dann im Weg steht, ne? Töten wir doch lieber erstmal die... Was ist das? Ähm... Kann ich denn das Tor heilen? Nein, ich darf das Tor nicht heilen. Kacke. Okay, wir müssen jetzt den Hund da fliegen und brechen. Definitiv killen. Eigentlich alle, weil alle die da fliegen, leider. Das schaffe ich nicht. Hm, ich das jetzt nicht schaffe... Warte mal, doch, ich hab noch ne Idee. Okay. Okay. Ja. Let me recite their demise. Das wird vorne und hinten nicht. Strahl. Ich bräuchte halt was, was AE-Damage macht. Oh, nee. Ändert leider nix daran, dass das Tor jetzt wahrscheinlich drauf gehen wird, oder? Ja. Ja. Mhm. Nein, das machen wir so natürlich nicht. Aber... Das, äh, werde ich, glaub ich, dann in der nächsten Aufnahme. Und wir sehen uns bis dahin. Ciao, ciao.